Coole Amazon Produkte, die du kennen solltest. Teil 3. Das hier ist ein Pärchen Schlüsselhalter aus Holz. So werdet ihr euren Schlüssel garantiert nicht zu Hause vergessen. Und ihr wisst immer, wo der Schlüssel sich befindet. Perfekt als kleines Geschenk geeignet. 9 von 10 Punkte. Link dazu findest du auf meinem Profil oder in der Beschreibung. Folgt mir für mehr solcher Videos.